Was geht ab, ihr Zocker? Heute mal wieder ein Hood Outlaws & Legends Gameplay. Ich hatte jetzt mal den Brawler, hab mal richtig Bock, einfach den Leuten einen aufs Maul zu geben und nun ja. Na komm, wo seid ihr? Der Sheriff ist auf jeden Fall nicht hier. Aber die alle anderen sind da. Ja, die haben schon Alarm ausgelöst, Alter. Ich liebe es. Komm, ich geh mal auf den Fresserhau-Modus jetzt gleich. Wollen wir eine Runde kämpfen? Ein bisschen asozial, oder? Weinst du? Das war ein Doppel-Überkopf-Hieb und der Kopf war dann einfach weg. Die wurde zusammengestaucht. Hau die Nahkämpfer der Marian auf den Kopf, macht der Kopf. Okay, der ist eigentlich vagabend schlecht. Komm, ich geh hier runter, Tim. Kommst du mit? In welche Richtung guckt der? Geradeaus, Mann. Das sieht man doch. Hast du einen religiösen Spruch gerade parat? Der sucht die Münze wie die Katholiken, oder was meinst du? Ist egal, komm. Bam. Haben wir den gefunden? Wir sind bei B. Ja, ich glaub, ich hab's hier bei B gewesen. Ja, da oben ist der Reiner. Robin, hat euch im Blick. Der sieht uns nicht. Hab in deinem Hagen. Nein! Hab ihn! Die müssen jetzt zu Garnison. Die gehen zu Garnison. Nee, Bergfried. Bergfried. Die gehen zu Bergfried. Entschuldigung. Was labert der da? Er ist Kirche. Er ist Garnison. Ich bin verwirrt, weil da laufen jetzt zwei Zuge über Bergfried. Mach er ja. Oh, wie schnell kann die rennen, Alter. Herr Druck! Okay, das war nicht gut. Der geht mir auf den Sack. Wie schnell kann der denn rennen? Nein, die hinterher haben wir. Wie lange vor allem? Boah, das ist nichts für meine Lungen. Ich hab gleich keinen Ausdauer mehr, um den anzugreifen. Dinger, woher läuft der denn hin? Der läuft ins Dorf. Bleib mich verscheißern. Get over here! Jawoll. Willst du mich verscheißern? Warum? Nichts gemacht und nur den Schlüsselklauen. Ja, ich bin im Durchran-Gonus gewesen. Ja, ich konnte nicht laufen, weil ich mich totes hab. Wo müsst ihr hin, Tim? Wir müssen in den Bergfried. Ach so, hatte ich doch recht. Ja! Das ist auch nicht schwer, wenn man alles sagt, was es hier gibt. Was heißt nein? Best Geschick. Ja. Äh, null. Junge, hab ich mich erschrocken. Toll. Jetzt ist das Tor zu. Ja, da mach ich mir meinen eigenen Eingang. Klopf, klopf. Wer ist da? Wer ist da? John, der Brawler. Und ich hab die Tür aufgehauen. Tatsache? Was? Oh, Junge. Robin, du bist echt eine blinde Nuss, ne? Stell dir das Spiel mal heller. Hast du eigentlich eine Heilung? Ja, hab ich. Und? Wenn wir gleich da sind, sollten wir das vielleicht mal machen. Aber wir sollten erst mal A einnehmen. Attacke. Was bist du gerade am... Was macht... Du, das sieht so aus, wie du... Das sieht aus, als wärst du eine Zaube. So, immer vorher so. Jetzt würdest du gerade so Brotkrieg und Wohlen klicken. Das sind doch Möwen. Ne, das ist Möwen? Ja, ne? Okay, jetzt wäre mal eine gute Ulti, Robin. Okay, hier sind... So, mach mal nicht. Musst du nach oben oder nach oben? Nein, wir müssen hier bleiben. Nullter Flur. Erdgeschoss. Dann müssen wir hier hinten hin. Da, wo die Gegner sind. Ja, da sind sie auch schon. Splittergranate! Oh, war das zu weit? Ja, war es. Ah, angehittet. Oh, hab ihn. Hammer. Ah, da ist er. Ich brauche Ausdauer. Ich bin entdeckt. Der Sheriff ist da. Ja, der kümmert sich um die. Ich mach die Schatzkammer auf. Pass auf. Oh, der Sheriff, Alter. Der ist schon ein gemeiner Hurensohn, Alter. Komm her. Hä? Ich bin tot. Oh, Alter. Oh, nein, 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 nein. Nein, ich werd gechobsen. Der Captain Kaki hat mich gehabt. Ja, mich der Sheriff. Jetzt hat der dann sie mal gesehen, wie das so aussieht von der anderen Seite. Da ist Robin Hood an der Tür. Alter, das hat weh getan. Oh, ich hasse es, wenn er einfach mal super. Weg von mir. Mich hat er getroffen. Da kommt noch einer. Ja, dich hat er getroffen. Da frage ich mich, warum kann er schießen, während wir den verpügelten. Das ist das Smoke, damit die uns nicht sehen, die Wachen. Leider nicht. Ich bin genauso erschrocken wie ich. Oh, fuck, ich werd angegriffen. Boah, das ist doch mega disaster. Oh, das ist Smoke. Junge, ich seh... Aua! Jetzt reicht's, ist die im Busch? Ja. Nee, da. Ach, das war Robin Hood. Ja, ich seh nix, Alter. Meine Augen sind so wie Pipi. Oh, Junge, ich bin verwundert. Ich hab ein Pfeil. Kann jemand aufmachen? Geh doch hier an die Seite raus. Ja, Nancy, sagt er. Wer ist denn? Ach so, Tim ist das. Ja, ich schrag die Kiste, Entschuldigung. Ja, sorry, ist gewundert gewesen, dass Dancias ist. Ja, das stimmt allerdings. Autsch. Es ist ein Pfeil. Oh! Lass doch die Kiste fallen. Angittet. Perfekt. Er wirkt. Du Key. Hinter mir, Tim. Ja, das ist ja über der Wache, glaub ich, ne? Äh, Bruder Tuck, kommst du euch? Danke, Nancy. Ja, Bruder Tuck bei Kopf sauber. Und die kommen bei C's Bono, ne? Achtung. Du hast sowieso gleich Follower. Robin, hinter dir? Ja, und vor mir. Ich bin tot. Ja, fuck mich, was eigentlich fangen kannst. Ich hol C. Ach, gut gemacht, Biky. Kann ich nichts machen, Alter. Au, au, au. Ich werfe eine Granate. Ich kann nichts machen. Alles Gute, Granate da. Halt ihn, oder? Oh, ich gebe ab. Wir sind da mit zwei. Einen habe ich. Einen habe ich, ich habe dreien. Zweiten habe ich. Dann los, Tucki. Mach Kacki. Oh, nein. Granate. Oh. Hat jetzt. Das war so schlecht, Alter. Käpt'n Kacki. Was ich so dumm finde, ist, dass wenn du weggesprengt wirst, du einfach deinen Kopf verlierst. Tim, du läufst falsch. Entschuldigung. Du läufst in der Sackgasse. Ich bin auch auf genug. Ach so, Erfahrungswerte. Oh Gott, Alter. Keine Chance, ey. Er kommt. Ein paar Sekunden später. Komm her, Marion. Mit meinem Schwinger bringe ich die Dinger, Alter. Jawohl. Was zum? Er hat einen Spruch. Hinter dir, Robin. Ich werfe eine Bombe. Ja, vor mir. Hinter mir. Tschüss, Robin. Es macht Bum, wenn ihr mich sieht. Ich bin tot. Ist das jetzt dein scheiß Ernst? Was ist los? Nein, ich lebe noch. War ich fertig? Ja, jetzt bin ich tot. Nein, ich lebe noch. Kannst du dich entscheiden? Jetzt bin ich tot. Okay. Aua, ein Ritter. Aber Donner hat kein Leben mehr. Oh, ich gehe jetzt aber auf Seite. Sprengstoff gesmissen. Achtung. Ich werde immer gemeuchelt. Alter, von mir wurde ich denn jetzt getötet? Das ist so verbuggt. Nein, jetzt werde ich getötet, Alter. Jungs, wir müssen jetzt auch mal zusammen angreifen. Wir können nicht zu dritt da einmal Einzeldinger machen. Dann sind wir sowieso tot. Und der hat mich erwischt. Fuck you. Der Hut ist nicht schlecht. Habe ihn in der Luft gekriegt. Den Hut? Ja. War ich gut, Herr Schütz, Tim? Ja, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Hallo da. Ich werde jetzt erst assimiert, wahrscheinlich. Aber ich... Okay, die Varian ist da. Angeltet, du Scheiße. Ich fange an zu winden. Gib du ruhig Deckung, Mikey. Brauchst du nicht mit. Da oben. Da kommen aber alle. Ich muss kurz Ausdauertanken. Hab den Tug. Ich stelle mich vor dich, Mikey. Ich gehe auf 0C. Weil er an der Winde ist. Fuck. So, haben ihn. Du hast die Winde geschlagen. Vielleicht kommt noch einer. Aber... Oh nein, ich muss weg. Und der Mystic. Au. Der ist immer noch da am Baum. Ich gehe mal zu denen in Spawn. Da ist schon wieder Robin Hood, Alter. Wie der mich abfuckt. Nein, nein, nein. Der dabei ist... Ja, du brauchst ja gar nicht einfallen zu lassen, du bist Robin, Alter. Jetzt schon durch, man darf. Ah, fuck da. Hinter dir, Tim. Bei dir kommt jetzt einer. Nimm das, Brawler. Ah. Hab sie. Oh, Bruder, war das ein knapper Mensch. Wir haben einfach so die ganze Zeit verfehlen. Ein Punkt nur, Robin, und dann weg. Links. Ah. Hab Sprechstoff geschmissen. Burn in der Hölle, Bitch. Ich habe mich unterrein geschlagen. Das war auch gemein. Okay, weiter. Haben. Oh, bitte schneller, Robin. Oh, ich habe Maddie erkastiert. Gott sei Dank, haben wir abgegeben, mehr oder weniger C zu hohen. Bei C ist Tuck. Ich gehe hin. Komm her, Bruder, Tuck. Ja, der Sheriff ist jetzt schon. Ich gehe zum Dorf jetzt und gehe an die Winde. Alarm. Alarm. Ah, da ist wieder John. Die haben sich C. Die haben sich C. Ich habe ein anderes Problem. Ich gehe dann direkt zu C. Mikey, du wurdest gesehen. Okay. Unterstütz mich einfach nur. Habt ihr hier weggekriegt? Aber der kommt, der... Wir haben ein viel größeres Problem. Der Sheriff. Von Nottingham. Ich mache ihn jetzt weg. Oh, fuck. Natürlich rollt die jetzt weg. Du kommst zu euch. Zwei Spieler kommen zu euch. Warum hat der zweite Schlag nicht getroffen? Warum hast du den überhaupt versucht zu schlagen? Warum bist du nicht einfach weggegangen? Oh nein, nicht die Winde, Alter. Hab ihn für dich angehört, der Kurt? Ja. Du, das Tag. Oh nein, Alter. Ich wurde von rechts. Alter, Scheiße. Der Robin Hood muss da hinten weg. Wir müssen noch fünf Minuten durchhalten, dann würden wir eh gewinnen. Ja? Weißt du? Ja, klar. Wir haben ja viel mehr Punkte. Ich habe einen mal gewundet. Sprachen lernen, Bubble. Äh, gewundet. Gewindet. Spieler getötet. Komm her. Das ist ein Spieler. Nein! Boah, zehn Sekunden, Alter. Da kommt noch einer, Tim. Oh, ich habe auch keine Ausdauer. Aua. Au. Hinter mir auch wieder. Oh, hinter mir, oder was? Nein, ich werde von den Robin Hood getroffen. Ja, lass dich doch ein paar Mal treffen, Tim. Ich werde gemeuchelt, Tim. Ja, ich sehe nichts. Ja. Alter, was für eine Ablenkzeit. Maike, spiel safe. Der ist doch gut, ich lebe noch. Ach so. Okay, ich stehe dir nicht so frei. Ich kann den Tim noch halten, bevor ich sterbe. Ab ihn. Vor ich gemeuchelt wurde. Ich gehe an die Winde. Da kommt jemand. Loser. Brawler. Perfekt. Der Sheriff hat abgewehrt. Ja, der hat sich selbst weggesprägt, der Trottel. Ja, nice. Der will die Bombe gegen den Sheriff auf den Kopf. Und die rollt zu ihm zurück. Und der fällt dann um. Oh, du Scheiß. Das ist das beste Ende, Alter. Junge, Alter. 12, 13, 14, 15, 11. Ja, da haben wir doch schon mal einen schönen Sieg geholt. Der Brawler hat auf jeden Fall für den ein oder anderen Lacher gesorgt. Und ich würde jetzt noch sagen, gern das Abo da lassen. Und keine weiteren Gaming-Content hier mehr zu verpassen. Montag, Donnerstag, 18 Uhr gibt es immer neue Videos. Und jetzt sage ich noch Tschüss. Bis dann. Und habt noch viel Spaß beim Zocken.